jo leute ja ich weiß hier geht mich gar nicht es ist ja auch dunkel leute es ist dunkel und ja deshalb und leider hat es im grunde in kamera kein licht auch in kamera hat licht aber in kamera nicht und deshalb geht ihr mich jetzt eben nur groß aber auch egal ja morgen kommt es morgen kommt es ja was meine ich damit ich gehe gegen morgen kommt es ja keiner weiß jetzt gewachen mache ich meinen gegner mit morgen kommt es naja das alles erfahrt ihr in diesem schönen netten video von mir liebe leute ich will das hier wieder mal eingeschaltet habt und hier was kommt denn morgen fragt euch jetzt aber auch mal fangen wir damit an vorab würde ich noch ein paar sachen erklären vorab würde ich noch ein paar sachen über mein fahrer erzählen vielleicht ein geschild euch das und danach erzähle ich gern wach kommt morgen okay wackelt also ab noch geht es ach mal fange ich jetzt mit meinem fahrer an darüber ein bisschen was zu erzählen und dann erzähle ich nachher noch hoch von eng kommen und ja nummer ein war mein fahrer geh ich heute nicht so gut und ja wie ich ihn letzten video auch kümmer ich habe mit meinem fahrer geholt habe ich ja kümmer ich kümmer mit ihm und man kann ihm ja nicht mal mehr alleine zu hauge lachen ach kommt eine art da auch ich ist muss ich sagen weil man kann ihn nicht alleine zu hauge lachen man muss immer einer muss immer aufpacken er krieg ich oder einer von auch immer grau gegangen wir können nicht mal ein fahrer mehr alleine zu hauge lachen geht leider nicht mehr leider gottes geht es nicht mehr man kann nicht mehr alleine lachen koge leider immer noch eine aufpassen was kommt auch ich ist und ja das ist kein kunden nicht so gut leute ich denke und nicht gut aber man kann nicht so leider gottes alles nicht englern so weiter geht es mit dem fahrer die nacht über ja mein fahrer kann nicht mal auf kollega gehen die nacht über hat er angst alleine auf kollega zu gehen wo ich mir denke warum hat er angst die nacht alleine auf kollega zu gehen ja liegt aber angang altheimer er hat angst alleine auf kollega zu gehen in der nacht und ja viele wollen jetzt gar lustig kann ich mal drüber machen aber es ist gar nicht mehr kund lachen kund lachen ist kund lange nicht mehr und die nacht über muss man auch bei ihm bei ihm in deinem grafbereich also im grafbereich grafkümmer um narkogein muss man die nacht über auch nicht anlachen weil er hat angst im dunkeln ja mein fahrer hat angst im dunkeln mein fahrer ist 81 jahre alt und hat angst im dunkeln und hat angst alleine zu gehen deshalb müssen wir die nacht über auch die kür auflachen wir dürfen die kür nicht zu machen nein wir dürfen die kür nicht zu machen und müssen das nicht anlachen weil er alleine hat er angst ja und ja leute das sind die gassen die es gibt die es gibt man kann ihn nicht alleine lassen so jetzt kommen wir mal an die gasse dazu was passiert morgen was kommt morgen und weiter und bevor geschreibt da war gehe auch geschreibt habt ihr nicht mal auch eingeschaltet ja morgen kommt wieder der fort die welt als wenn kalender so wie ich das jetzt gleich letztes jahr gemacht habe und nachdem die welt als wenn kalender aber heißt das was heißt das hat die welt als wenn kalender heißt es gibt jeden tag gassen in fort nach der welt die man bekommen kann ja wie gesagt jeden tag kann denn jemand was bekommen 24 tage als wenn kalender und ich packe auch auf dass nicht jeder vierfach und ich packe auch auf dass jeden tag ein anderer wach bekommen nicht jeden tag der gleiche wach bekommen und morgen ist wieder hoch mit dem fort nach der welt advent kalender viele folgen ich denke ich kauf gibt ihr hammer geile gassen und ja folgt euch leute morgen ist hoch ihr könnt euch schon folgen ich verrate aber noch nicht was morgen ist als wenn kalender dünne ist und ja wackelt einfach ab vor euch mal gar wackelt ab morgen geht es hoch und ich wünsche euch alle noch einen angenehmen abend und wir gehen euch im nächsten video und bis dahin schönen abend noch wir hauen uns und morgen ist los mit dem fort nach schreckel die welt advent kalender folgt euch alle